Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind hier in Alabastra und folgen ab nun für eine kurze Weile dem Hauptquest, bis wir uns dann wieder an welch süße Sorge machen mit Bizarane, wisst ihr ja nun. Und ja, wir sollen uns mit unseren Verbündeten treffen und deswegen mache ich mich weiter auf den Weg, sammle hier noch eben was ein. Ein Lebensgenerationstrank kann nicht schaden. Und was haben wir hier noch? Irgend so ein Beinpanzer ist jetzt auch erstmal egal. Okay, ist okay, ihr habt mich entdeckt. Okay, ist es okay. Ich bin so langsam. Ja, sie bewegt sich auch einfach nicht. Ich hasse das so. Ja, komm. Beweg dich einfach mal weg. Das wäre wunderschön. Es ist so ätzend, so zu kämpfen. Kann ich irgendwas... Oder plundermäßig irgendwie... Genau. Können wir den ganzen Kram auch einsammeln hier. Okay, das waren die beiden. Die Tuata... Ich habe den Quest gar nicht gelesen. Was war los hier? Oh oh. 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 Okay, das waren die. Schön, dass wir die auch erledigt haben. Und hier ist wieder eine Truhe. Schlimmer kann es ja nicht werden. Wir haben ja schon einen Fluch. Ja. Okay, es kann schlimmer werden. Oh mein Gott. Ich habe es sogar noch im letzten Moment geschafft. Wow. Okay. Gebannt. Das ist ja schön. Eine blöde Sterndiestel. Was ist hier unten eigentlich? Hm. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt dauerhaft irgendwie diese Schutzsphäre um uns. Ich weiß gar nicht warum. Und da haben wir noch ein Skelett. Irgendjemand, der es nicht geschafft hat. Ist auch schön. Und dann habe ich hier so eine Beinpanzer eingesammelt, die ich mal wegpacken werde. Achso, ja. Ich wollte was nehmen. Ich, ähm, nimm, 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 nimm. Ja, ich nehme das Komische hier. Und ja, ich nehme auch diesen Krafttrank. Und ich höre... Wow. Wo kommt ihr denn her? Okay. Wo kommt ihr her? Okay. Okay. Wo kommt ihr her? Oh. 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 Bekka! Auf einmal kommen die Klopsis immer so aus irgendeiner Ecke gerannt. Echt, man hört nur so das Bumm, Bumm, Bumm und du denkst, okay. Scheiße. So, und was ist jetzt hier? Ich habe überhaupt Angst, mich hier zu bewegen. Aber vor allem ist es halt einfach so dämlich mit diesen Flüchen am Hals. Hallo, was haben wir hier? Warum wisst ihr, dass ich hier bin? Ihr könnt mich doch gar nicht gesehen haben. Schön, jetzt habt ihr auch noch die anderen angelockt. Und mal wieder kein Mana am Start. Okay, Leute. Ich säubere dann mal nach und nach die Gegend. Wo möchte ich eigentlich hin? Oh, eine Truhe. Immer her mit dem guten Zeug. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich laufe irgendwie falsch. Ich muss mir da lang, ne? Ja. Ich soll mir da lang. Okay, wie komme ich hier runter? Springen. Springen. Okay. Hey, hey, da bin ich wieder. Da ist sie. Hallo? Hallo? Ich habe mich immer erschrocken im letzten Part, als sie das gesagt hat mit einem Kampf. Ich dachte mal, hä? Habe ich immer irgendwie... Habe ich jemanden... Wer kommt denn her? Beide zu fallen. Sterbliche. Im Flug mal wieder gekillt, macht irgendwie Spaß, aber sehe ich auch erst seit Neuestem, dass das geht. Muss ich hier irgendwie rüber, muss ich da runter? Ich check's gerade noch nicht. Muss ich hier durch? Finde hier irgendwie tolle Sachen. Die muss ich mir auch noch angucken. Das sieht schon cool aus, aber ich verstehe es noch nicht so richtig hier. Da ist so eine Barrikade, da komme ich irgendwie nicht weiter, muss ich nach oben oder unten? Vielleicht muss ich hier einfach eine Runde drehen, das kann auch sein, dass ich dem Weg einfach mal folgen sollte. Ja. Ja. Das wart ihr. Und hallo, wer bist du? Die kriege ich aber platt. Die kriege ich auch platt. Und was ist das hier für eine Höhle? Das sind diese Flüsterhöhlen. Okay, für den Nebenquest müssten wir da reinlaufen, mache ich jetzt aber eben noch nicht. Was ist hier so ein Singstein oder ein Schrein? So eine Art Schrein eher, okay. Ein Tyrodurn-Schrein. Okay, alles klar. Haben wir den auch mitgenommen. Dann gehe ich mal weiter. Ja, okay, dann komme ich hier auch dem gelben Kringle näher. Da, wo ich mich mit den anderen treffen soll. Und darauf bin ich ja doch jetzt schon gerade gespannt. Oh, hier könnten natürlich jederzeit auch Gegner kommen. Hi. Äh, wer bist du? Ich habe gern für Hauptmann Kanwen gekämpft. Sie ist eine der Guten. Ich habe euch geholfen. Okay, dann laufe ich mal weiter, weil ich soll weiter. Ich gehöre hier nicht hin. Ah. Hey, neue Freunde. Im Moment läuft es ja noch ganz rund hier. Welche Horde will jetzt? Mich fressen? Ihr? Und du wirst sterben. Du weißt es nur noch nicht. Aber jetzt weißt du es. So. Mhm. Und da ist wieder so ein Portal Dingens. Aha. Oh. Oh. Kartograf. Okay, ich habe eine Errungenschaft bekommen, weil ich hier durch die Gegend reise und Dinge erforsche. Und ich kann diese magische Barriere bannen, wenn sie mich nicht schon gesehen haben, die Gegner, die hier in der Nähe sind. Wollen wir das mal versuchen? Ich versuche das mal. Diese alte Höhle ist durch die Macht von Gatflos Gott versiegelt. Ach so. Das geht also nicht. Worauf warten, dass sie mich angreifen? Dann greife ich eben sie mal an. Ja, du triffst mich nicht, ne? Aber ich werde dich treffen, mein Lieber. Gereinigte Gegend. Gereinigte Gegend. So ist das mit neuen Orten. Wir waren ja hier noch nie. Ist hier noch irgendein... Irgendwas Cooles? Ne? Ja gut, dann laufe ich hier mal weiter. Diese komische Barriere können wir ja sowieso noch nicht entbannen scheinbar. Gehe ich mal weiter den Weg entlang. Warte, ich sammle das hier noch ein. Ja. Pass. Was haben wir noch? Boah, krass. Echt. Ich muss mal einen Screenshot machen. Und ich werde mal eben ganz schnell auch hier speichern. Was ich schon echt lange nicht gespeichert habe. Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Ja, ich kann mich ja nicht bewegen. Das ist ja das Problem. Ich würde ja ausweichen, aber... Kann ich. Ja, tut. Du dummes Spiel. Kann ich auch noch mitzuruckeln. So. Einen Flammenwerfer weniger. Die mit ihren komischen Skribbeldingern hier immer. Ihren komischen Windhosen. Du wirst dran glauben. Glaub mal. Das ist dein Ende, Mann. Ich habe keine Lust, deinen komischen Windhosen ständig ausweichen zu müssen. Es geht mir voll auf den Sack, dass man denen nie ausweichen kann. Das ist echt ätzend. Vor allem, wenn man halt, wie gesagt, auch noch angeschlagen ist. So. Das kann weg. Ach ja, wir haben jetzt voll viele Schilde irgendwie. Ich sollte mal gucken, was für ein Schild wir benutzen sollten tun. Ja, der hat natürlich einen besseren Wert. Was hat das Ding? Und dann das Ding noch. Mhm. Ja. Hm. Dann packe ich den mal weg. Dann haben wir auch wieder ein bisschen was im Plunder weg. So. Ein bisschen Kohle. Ja, und dann geht es jetzt wohl hier runter, ne? Zweitere netten Gesellen. Ja, und dann geht es jetzt hin. So. Ja. Ihr mit eurem Weichkrabbelpulver. Ach, ja. Das ist also Alabastras. Schön hier, ja, schön. Total schön. Oh, nö, nicht schon wieder die. Ja. Ja. Nein. Mann. Ja. Ja. Was hältst du davon? Aug um Aug. Also die Toater sind auch sehr, sehr lästig. Also es gibt so gewisse sehr, sehr lästige Gegner, finde ich, in diesem Spiel. So wie Borka. Oder diese Ninschis. Oder Tuater, die sind auch sehr ätzend. In mega schnellen Angriffen. Und ach, guck mal, hier ein Singstein. Haben wir auch mal einen. Hä? Agathe wollte, dass ich Herren Schier im Auge behalte. Aber zunächst müssen wir beide uns unterhalten. Ich bin nochmal meine Aufzeichnungen über unseren letzten Ausflug nach Alabastra durchgegangen. Und dabei zu einer beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen. Was euren Tod und Tiernoch betrifft. Wie bin ich gestorben? Oder was wisst ihr über Tiernoch? All diese Kristalle beziehen ihre Macht aus einer einzigen Quelle. Sie ist irgendetwas Intelligentes und Bösartiges. Sie ist das, was die Tuater Tiernoch nennen. Um ehrlich zu sein, muss sie eine derart gewaltige Quelle der Magie sein, dass die Energie, mit der sie euch getötet hat, den Seelenquell aktiviert und euch ins Leben zurückgeholt hat. Ihr wart auf den Quell in meinem Labor eingestimmt. Und doch war es Yus' Quell, der eure Essenz eingefangen hat. Es scheint, als wäre Tiernocks Magie das fehlende Element gewesen. Was genau ist Tiernoch? Tiernoch hat mich zurückgeholt? Nein, aber ihre Macht war der Schlüssel. Um ehrlich zu sein, könnte ich wetten, dass sie euch mit Freuden erneut umbringen würde. Und dieses Mal gäbe es keinen Seelenquell, der eure Essenz einfangen könnte. Aber sie ist kein Gott, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Und angesichts des Wachstums dieses Prismäer würde ich sagen, dass sie kurz davor steht, endgültig in unsere Welt zu kommen. Alles, was Gatfloh getan hat, diente allein dem Ziel, sie hierher zu holen. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Habe ich vor, wie ging es beim letzten Mal? Unter gewaltigen Schwierigkeiten. Dabei waren hier damals beileibe nicht so viele Tuata. Und wir haben uns außerdem durch Magie vor ihnen verborgen. Magie, die übrigens ihr besorgt hattet. Ihr habt mir nie erzählt, woher ihr diese faszinierenden kleinen Artefakte hattet. Ja, wo kommt er eigentlich auf einmal her? Was ist mit Hughes? Er konnte mir nicht das Wasser reichen und war noch weniger geeignet, meine Arbeit fortzusetzen. Er konnte es ja kaum ertragen, zu Studienzwecken eine noch warme Leiche aufzuschneiden. Ich verstehe einfach nicht, warum ihr in seinem Quell zurückgekehrt seid, anstatt in meinem. Vermutlich war es nur eine Anomalie in der Einstimmungsübertragung. Okay, ich wundere mich, dass der Typ hier ist. So, und okay, hier ist Alan Scheer. Hey! Tschüss! Vielen Dank.